Sorge um Promi-Bauunternehmer, Richard Lugner IM Krankenhaus Wien, Sorge um Richard Lugner Der 91-Jährige wurde jetzt bei einem Event im Rollstuhl gesehen, tags darauf musste er ins Krankenhaus. Doch was genau fehlt dem Bauunternehmer? Am Donnerstag fand die Premiere von My Fair Lady bei den Seefestspielen in Mörbisch im österreichischen Bundesland Burgenland statt. Dazu war unter anderem Lugner eingeladen, der mit seiner frisch vermählten sowie sechs weiteren Frauen stillecht in einer Limousine anreiste. Doch ein Detail sorgte für Verwunderung, der Bauprofi stieg aus dem superlangen Fahrzeug aus und in einen Rollstuhl ein. Ich muss arbeiten gehen und er muss ins Spital, erklärte anschließend seine Frau Simone Reiländer, 42, im Gespräch mit der Zeitung heute. Doch sie konnte auch Entwarnung geben, es scheint sich lediglich um eine Routineuntersuchung zu handeln. Der bekannte Österreicher habe keine Schmerzen, alles war gut während des Ausflugs. Fans brauchen sich keine Sorgen um Lugner zu machen, führte seine 49 Jahre jüngere Frau weiter aus, dass der Krankenhausaufenthalt, ein MDR, war eh geplant. Es hat nichts mit dem Rücken zu tun. Was genau dem Bauunternehmen fehlt, blieb Reiländer den neugierigen Reportern schuldig. Bekannt ist eine Verletzung am Lendenwirbel des 91 Jahre alten Promis. Doch damit habe der Krankenhausbesuch nichts zu tun, winkte seine Frau ab. Bekannt ist eine Verletzung, bin ich? Aber auch nicht. Bekannt ist eine Verletzung. Bekannt ist eine Verletzung. Bekannt ist eine Verletzung. Vielen Dank.